Hi, ich bin Christoph von Existo Anima und ich zeige euch heute in einem kleinen Tutorial, wie ihr es bei euch zu Hause schneiden lassen könnt. Das Ganze natürlich dank der MetaQuest 3 und der Unreal 5 Engine. Als Voraussetzung dafür muss eure MetaQuest 3 schon mit der Unreal Engine 5 kommunizieren können. Einen Link zum entsprechenden Tutorial packe ich euch unten in die Beschreibung. So, und dann kann es jetzt auch schon losgehen. Wir starten ein neues Projekt in Unreal 5. Wir erstellen ein neues Projekt, gehen auf Mobile und auf Scalable und brauchen noch einen Projektnamen. Den nennen wir einfach mal Schnee. Ok, gestartet. Als erstes müssen wir wie immer in den Plugins noch das MetaXR-Plugin aktivieren und danach einen Neustart durchführen. So, und dann kann es auch schon losgehen. Wir erstellen ein neues Level. Hier wähle ich mal ein leeres. Das erste, was wir nun erstellen, ist eine Kamera. Diese ist sozusagen unsere Augen. Und die setzen wir mal auf 0, 0, 0. Und der Kamera fügen wir noch den Oculus XR Pathway hinzu, damit wir dann auch die Umgebung sehen können, also uns nicht im VR, sondern im Mixed Reality bewegen. Hier stellen wir dann beim Stereo Layer Shape Reconstructed ein und gehen beim Layer auf Underlay. So, das brauchen wir nicht mehr. Dann erstellen wir uns erstmal einen neuen Ordner und den nenne ich Schnee. Und importieren uns zwei Texturen als Schneeflocken. Diese könnt ihr entweder selbst erstellen oder herunterladen. Unten in der Beschreibung findet ihr einen Link dazu. Um die Texturen verwenden zu können, erstellen wir uns ein Material. Das nenne ich M Schnee. Und hier zeige ich jetzt zwei Möglichkeiten. Das erste Material ist das einfachste. Ich verbinde zum Amassive Color einen Constant 3 Vector. Dieser gibt mir die Farbe an. Amassive Color bedeutet, dass die Farbe von selbst leuchtet. Dadurch brauchen wir dann keine weitere Lichtquelle. Dann hole ich mir eine von unseren Schneeflocken Texturen herein. Das Material muss ich noch beim Blend Mode auf Mask setzen und setze einen Haken bei Two-Sided. Nun verbinde ich die Textur mit der Opacity Mask. Diese zeigt mir alles, was in der Textur weiß ist und blendet schwarz aus. Und so habe ich eine wunderbare Schneeflocke. Allerdings sehen dann alle Schneeflocken gleich aus. Und dementsprechend zeige ich euch hier noch eine weitere Möglichkeit. Ein etwas komplexeres Material mit verschiedenen zufälligen Schneeflocken. Dazu importiere ich die zweite Schneeflocke. So, noch ein bisschen anordnen. Okay, die Opacity Mask bekommt einen Switch, damit es sich durch die einzelnen Schneeflocken-Möglichkeiten durchschalten kann. Hier mache ich noch einen weiteren Input hinzu. Umso mehr Schneeflocken ich habe, umso mehr Inputs muss ich hier hinzufügen. Dann verbinde ich diese. Und jetzt muss ich den Zufall noch ins Spiel kommen lassen. Dafür nehme ich ein Per-Instance-Random. Der gibt mir eine zufällige Zahl zwischen 0 und 1 aus. Dann ein Multiply-Layer. Je nachdem, wie viele Texturen ich habe, gebe ich hier meine Anzahl ein. Dann ein Floor, der mir die Zahlen abrundet. Und ich verbinde den Floor mit dem Switch und bin fertig. So, das nächste. Wir brauchen ein Niagara Partikel-System. Da nehmen wir New System from Selected Emitter und Blowing Particles plus Finish. Okay. Geben dem Ganzen auch noch einen Namen. NS-Schnee. Und hier müssen wir jetzt noch ein paar Änderungen vornehmen. Wie ihr links sehen könnt, haben wir eigentlich schon einen leichten Schneefall. Aber der gefällt mir so noch nicht. Deshalb setzen wir auf Properties erst einmal die GPU auf CPU. Bei der GPU habe ich bei der Quest 3 keine Partikel gesehen. Beim Emitter Update, da setze ich unsere Spawn Rate auf 400, damit ich ein bisschen mehr Schnee habe. Dann bei Initial Ace Particle, da nehme ich Lifetime 10 bis 12. Mehr brauche ich hier nicht, aber das müsst ihr selber ausprobieren. Mit Maß verringere ich das Partikelgewicht, damit die Schneeflocken etwas weniger schnell fallen. Dann mein Sprite Attribute. Die verringere ich auch, damit die Schneeflocken etwas kleiner sind. Diese waren mir etwas zu groß. Außerdem ändere ich den Sphere Radius. Der gibt an, in welchem Umkreis von euch der Schnee fällt. Diesen reduziere ich auch ein wenig. Hm. Ach ja. Und Windforce. Den ändere ich auf 0, da ich gerne möchte, dass der Schnee einfach gerade von oben nach unten fällt. So, das war's eigentlich schon. Fast. Genau. Das hätte ich beinahe vergessen. Ich muss das Material noch ändern. Hier möchte ich ja ganz gerne unser Schneeflocken-Material haben, also M Schnee auswählen. Jetzt müssen wir die Niagara Partikel nur noch in unser Level hereinsetzen. Und das setze ich auf 0, 0, 50. Damit es einmal direkt bei der Kamera ist, aber noch etwas höher anfängt. So. Und dann muss ich noch einen neuen Blueprint machen. Einen Game Mode. Den gebe ich den Namen GM Schnee. Diesen erstelle ich, damit ich später dort, wo meine Kamera sich befindet, keine Kugel sehe. Und das verhindere ich dadurch, dass ich die Default Porn Class auf None setze. So. Save All. Ordner Schnee. Das Level nenne ich auch Schnee. So. Und jetzt muss ich bei Project Settings meine Maps & Modes einstellen. Hier gehe ich auf Schnee. Und hier muss ich natürlich auch noch meinen Game Mode ändern. Game Mode Schnee. So. Ansonsten kann ich jetzt auf Input gehen. Hier brauche ich kein Touch Interface. Und bei Rendering ändere ich die Anti-Aliasing Methode auf MSAA. Und ich nehme den Mobile HDR heraus und mache ein Häkchen bei Mobile Multiview. Und dann bei Android muss ich die Konfiguration aktivieren. 2932. So. Das sind halt einfach die Standardeingaben, die man macht, wenn man die in MetaQuest 3 mit der Unreal 5.3.2 verwendet. Das ist mein aktueller Stand momentan, wo ich das Tutorial mache. So. OpenGL auch raus. Vulkan muss aktiviert sein. Und natürlich Package von MetaQuest Devices aktivieren. Und das da drunter kann man auch noch aktivieren. Das Android SDK müsste soweit in Ordnung sein, da wir ja schon die Verbindung zwischen Unreal 5 und der Quest 3 als Vorarbeit geschaffen haben. Und beim MetaXR brauchen wir noch den MetaQuest Device und natürlich den Passthrough. Ansonsten sehen wir unsere Umgebung nicht. So. Und das Ganze können wir jetzt nochmal speichern und neu starten. Dann gehen wir auf die Quest 3 und laden es hoch und haben Schnee im Wohnzimmer. So. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal. Ausprobieren